Musik TicoSim ist ein weltweit führender Spezialist für computergestützte Berechnung und Simulation in den Geschäftsfeldern Mobilität, Energie, Industrie sowie Gesundheit. Rund 450 Mitarbeiter an sechs deutschen und sechs internationalen Standorten freuen sich gemeinsam mit der Geschäftsleitung über die Auszeichnung als Arbeitgeber des Jahres 2017 in seiner Größenklasse. Die Auszeichnung belegt zum wiederholten Mal die Innovationskraft und Attraktivität von TicoSim als mittelständischer Arbeitgeber. Herausragende Beispiele dafür sind die ausgefeilte Mitarbeiter- und Führungskräfteentwicklung, die hohe Familienorientierung und die anhaltende kreative Aufbruchsstimmung des inzwischen groß und erfolgreich gewordenen ehemaligen Startups. Jeder neue Mitarbeiter durchläuft bei der TicoSim ein zweijähriges Trainingsprogramm zu Beginn. In den ersten sechs Monaten stellen wir ihm sogar einen erfahrenen TicoSim-Mitarbeiter als Mentor zur Verfügung. Im Anschluss daran kann der Mitarbeiter ein Weiterbildungsprogramm für weitere zwei Jahre durchlaufen, das seine persönlichen und fachlichen Qualifikationen ausbildet. Das Besondere an den Programmen, die wir bei TicoSim einsetzen, ist, dass sie speziell für uns entwickelt wurden, gemeinsam mit externen Partnern. Und wir sind so erfolgreich, dass wir 95 Prozent der Führungspositionen darüber besetzen können. Für uns als Arbeitgeber ist die Vereinbarkeit zwischen Beruf und Familie sehr wichtig. Konkret bedeutet das, dass wir unseren Mitarbeitern bei der persönlichen Karriereplanung helfen. Wir bieten zum Beispiel Zeitkonten an, wir haben Sabbatical oder hier Teilzeitbeschäftigung. Weiterhin unterstützen wir die Mitarbeiter mit externen oder internen Ansprechpartnern für Themen oder Probleme, die die Mitarbeiter haben. Der international tätige Spezialist für technische Computersimulation ist auch 25 Jahre nach Gründung noch extrem kreativ und flexibel. Ständig neue technische Herausforderungen setzen in Firmenstruktur, bei der Geschäftsleitung und den Mitarbeitern gleichermaßen Offenheit, Neugier und unternehmerische wie persönliche Beweglichkeit voraus. Die durchdachte Personalarbeit wie auch die attraktiven Vergütungen sowie Zusatzleistungen garantieren zugleich langfristige berufliche Perspektiven. Dass bei TECOSIM mit Freude und großem Einsatz gearbeitet wird, liegt nicht zuletzt auch an der familiären und transparenten Unternehmenskultur. Ich arbeite gerne bei TECOSIM, weil ich unheimlich gerne mit Menschen aus verschiedenen Kulturkreisen zu tun habe. Ich arbeite gerne bei TECOSIM, da TECOSIM eine große Familie darstellt. Ich fühle mich sehr wohl, ich schätze meine Kolleginnen und Kollegen. Bei TECOSIM kann ich flexibel arbeiten und dadurch Beruf und Privatleben gut vereinbaren. Ansonsten habe ich die Möglichkeit von einem bis zwei Homeoffice-Tagen mal einzulegen und das kommt mir als Mutter sehr entgegen. Bei TECOSIM